Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns anhand von Beispielen und dem Befehl Select an, wie Daten mit SQL ausgewertet werden können und auf was ihr achten solltet. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Business Transfer im Bereich Business Intelligence anbieten zu können und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Du hast von SQL vielleicht im Zusammenhang mit Datenanalyse gehört und gedacht, dass nur die wirklich fortgeschrittenen Datenbenutzer oder Programmierer das lernen können. Ich muss zugeben, in meiner Anfangszeit dachte ich mir dasselbe. Habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass das Üben von einfachen Beispielen die Lernkurve stark beschleunigt. SQL ist nicht zufällig eines der besten und beliebtesten Sprachen, um Daten auszuwerten. Beginnen wir eingangs mit ein paar Fachbegriffen und Zusammenhänge. Da wären die Datenbanktabellen. Vereinfacht gesagt sind das Objekte, die alle Daten in einer Datenbank speichern. Sehen wir uns das anhand eines Beispiels näher an. Ich bin nun auf der AdventureWorks Datenbank auf einem SQL Server verbunden und habe darin eine Datenbank und eine Liste an vorhandenen Tabellen. Wenn ich nun eine dieser Tabellen öffne, dann sehen wir, dass diese Tabelle diese Daten logisch in einem Zeilen- und Spaltenformat organisiert hat. Ähnlich wie in Microsoft Excel. In einer Tabelle repräsentiert jede Zeile einen eindeutigen Datensatz. Und jede Spalte repräsentiert ein Feld in diesem Datensatz. Wenn wir uns nun diese Tabelle näher ansehen, so können wir erkennen, dass der Business Identity ID, die Person Type, Name Style, die Spalten dieser Tabelle sind und die einzelnen Datensätze hier zu sehen in den Zeilen mit 1, 2, 3, 4 und so weiter eindeutig identifizierbar sind. Nun, genau auf Basis dieser Tabelle können wir nun Auswertungen mit der Datenbanksprache SQL ausführen. Wie hier zu sehen, beginnt die Auswertung Select From. Und zwar kann ich nun die einzelnen Spalten, wie sie hier in der Tabelle verfügbar sind, nun in diesem Select-Abschnitt angeben. Entscheidend ist, dass dieser Select-Befehl noch mit einem From erweitert ist, beziehungsweise mit dem From gebe ich nun die Tabelle an, welche ich auswerten möchte. Wir können nun eine neue Abfrage erstellen und dieses Select auch bei anderen Tabellen anwenden. Beispielsweise kann ich nun dieses Select mit einem Stern angeben. Das bedeutet, ich kann nun alle Spalten von dieser Tabelle ausgeben. Ich wähle nun Select-Stern und muss nun angeben, von welcher Tabelle. Deshalb gebe ich an From und wähle nun beispielsweise die Tabelle Production-Product. Wenn ich nun das ausführe, erhalte ich nun 504 Datensätze, welche nun in diesem Spaltenzeilenformat dargestellt sind. Ein Hinweis, die Befehle der Datensprache SQL werden mit der Farbe hinterlegt, beziehungsweise blau dargestellt. Ich kann nun auch anstatt alle Spalten anzugeben, auch vereinzelte oder bestimmte Spalten ausweisen. Beispielsweise möchte ich nur die Produkt-ID anschließen mit einem Komma getrennt. Die nächste Spalte, beispielsweise den Namen und noch die Produktnummer. Wenn ich nun diese Abfrage ausführe, seht ihr, dass nur diese drei Spalten zu diesen 504 Datensätze angezeigt werden. Alle anderen Spalten werden ausgeblendet, beziehungsweise nicht abgefragt. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass ich nun mit dieser Abfrage noch Einschränkungen vornehme. Ich möchte möglicherweise nur bestimmte Produkte mir anzeigen lassen. In diesem Fall möchte ich nur jene mit dem Chain Ring angeben. Dazu wähle ich nun den Befehl were und wähle aus Name ist gleich Chain Ring. Und wenn ich nun ausführe, seht ihr, dass nun alle 504 Datensätze auf diese Filterung Chain Ring in der Spalte Name eingeschränkt ist. Ihr könnt diese Filterungen beliebig erweitern. Ihr könnt beispielsweise auch noch mit einem End noch weitere Spalten filtern. Ihr könnt aber auch anstatt eines Und auch mit einem Or die Bedingung angeben. Nun kann es aber auch sein, dass nun bei 504 Datensätze noch eine bestimmte oder eine besondere Sortierung vorgenommen werden soll. Gehen wir einen Schritt zurück und lassen uns nochmals diese drei Spalten von dieser gesamten Tabelle ausgeben. Ich möchte nun beispielsweise die Produkte alphabetisch mir anzeigen lassen. Dazu wähle ich den Befehl order by und wähle jene Spalte aus, die ich sortieren möchte. In diesem Fall den Produktnamen. Wenn ich das nun ausführe, seht ihr, dass nun das Ergebnis alphabetisch sortiert ist. Eine weitere Möglichkeit ist auch, Gruppierungen vorzunehmen. Beispielsweise möchte ich nur das Ergebnis nach einem bestimmten Produkt mir anzeigen lassen. Dazu kann ich nun eine andere Tabelle nehmen. Sehen wir uns den Umsatz an. Dieser befindet sich in der Sales Order Detail oder in der Sales Order Header. Um dir hier zu erkennen ist, gibt es nun für diese Umsatztabelle Entspricht nun jeder Datensatz eine Transaktion mit einem Einheitspreis und einem Umsatzpreis, welcher gespeichert ist. Jetzt möchte ich wissen, was ist der Gesamtumsatz für ein bestimmtes Produkt. Die Produkte sind hier nur mit der ID sozusagen gespeichert. Dazu kann ich nun den Befehl group by anwenden und gebe an, nach welcher Gruppierung ich sozusagen den Umsatz mir anzeigen zu lassen. In diesem Fall Produkt ID und möchte mir nun die Gesamtsumme der Line Total anzeigen. Wenn ich das nun ausführe und auch noch die Produkt ID angebe, das hatte ich jetzt vergessen, kann ich nun oder erhalte ich nun für jedes Produkt den Gesamtumsatz von dieser Tabelle. Ich kann auch noch weiters diese Gruppierung noch sortieren. Und zwar nach dem Gesamtumsatz. Und zwar absteigend. Und sehe nun, dass das beste Produkt oder jenes Produkt mit dem meisten Umsatz die Kennzeichnung 782 hat. Und ich kann noch weiters eine Einschränkung machen der Top 10 Produkte. Und zwar mit dem Befehl top und anschließend die Anzahl. Ich kann auch top 100 oder beliebige Anzahl. Wenn ich das nun ausführe, erhalte ich nun die Top 10 Produkte mit dem höchsten Umsatz. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesem Befehlssatz schon einiges an Auswertungen durchführen. Und empfehle euch nochmals in Ruhe diese Befehle vielleicht auch im Internet nochmals nachzurecherchieren und durchzugehen. Und im besten Fall auch nochmal anhand von einer Datenbank auszuführen. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg. Untertitelung des ZDF, 2020